21. Anton Kohlerts-Gedächtnis-Turnier beim TTV Neustadt-Unteralsch am 19. Mai 2013 Damen C? Nein? Ja doch, Damen C-Klasse. Oder auch B oder auch A? Niemand weiß es so genau. Also B mindestens, denke ich. Oder doch C. Und C-Lux. Und C-Lux. C-Lux. Ja. 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 Das war's. ... ... Samuele Vulcano. Kino Wittmann, der hier in der A-Klasse starten wird. Die ist dann definitiv dann in der A-Klasse. Zusammen verbaut. Beispiel. Andrian. Undrian. Kino Wittmann, mit dem움� 느끼ben,